Der hoppelte sogar noch, aber trotzdem schön schnell aufgelegt. War das der Plan von vornherein oder eine spontane Entscheidung? Ich hatte da in der Szene auch viel Platz und habe nur darauf gewartet, dass der Ball rüberkommt. Ich finde jetzt schon, dass ich den Ball haben möchte. Und er kommt dann auch, Gott sei Dank. Viel Zeit, also das ist eine Einladung zum Schießen. Aber der springt auch nochmal gefährlich auf, hat er natürlich auch gleich wirklich super gemacht. Tolles Tor, kann man nicht anders sagen. Trotzdem, wir haben auch gerade schon darüber gesprochen.